Bei mir jetzt der Norman Langen. Herzlich willkommen, Norman. Hallo. Wir haben uns ja schon ein paar Mal getroffen, unter anderem am Flumserberg vor einigen Jahren. Da kannst du dich sicher noch erinnern, oder? Mit Sicherheit. Ich meine, Flumserberg ist natürlich ein Ereignis. Das erlebt man nicht jedes Jahr und auch nicht jede Woche. Von daher ist es natürlich was ganz Besonderes gewesen. Du bist sehr fleissig zurzeit. Es ist wieder eine aktuelle Single draussen. Unsere Zeit ist jetzt. Richtig. Ab dem 27.05. kann man diese downloaden bei iTunes und Amazon. Und jetzt noch eine Platte aufnehmen, dann ist mein komplettes viertes Album auch fertig. Und das soll dann quasi im Sommer erscheinen. Das heißt, du bist zurzeit im Studio wieder? Richtig. Wir waren jetzt einige Wochen im Studio, haben einiges ausprobiert. Ich bin noch tatsächlich nochmal zurückgefahren, habe Songs nochmal komplett neu aufgenommen, weil wir gesagt haben, da geht vielleicht noch was mehr oder wir singen jetzt einfach mal einen Ton höher, um einfach mal auszuprobieren. Und ich denke, dass wir da mittlerweile ein ganz, ganz gutes Produkt und gute Musik zusammengestellt haben. Und ich bin sehr gespannt, was dann die Hörer dazu sagen. Das heißt, du hast sehr viel auch mitgesprochen, hast du auch mitgetextet, komponiert? Ja, also getextet und komponiert habe ich auch. Allerdings nicht für mein Album, sondern für eine Weihnachtsplatte, die ich jetzt noch aufnehmen werde. Und ansonsten habe ich so halt wirklich gute Songwriter, die mir gute Texte geschrieben haben. Und ja, mitgearbeitet heißt eigentlich, dass ich mir verschiedene Melodien mal habe einfallen lassen, wie man eventuell einen Song anders singen könnte. Oder einfach vielleicht mal einen Ton höher oder tiefer zu singen und das auszuprobieren. Und ich denke, dass es auf jeden Fall sehr interessant wird. In diesem vergangenen Jahr ist ja auch einiges passiert, auch privat. Ja, auf jeden Fall. Also jetzt vergangene Woche habe ich erst die Bodenplatte meines Hauses gegossen oder gießen lassen. Und ja, Verlobt bin ich ja auch seit einiger Zeit. Und so wie es aussieht, werden wir dieses Jahr ja auch von den Altar gehen, meine Verlobt und ich. Aber das ist noch streng geheim. Also wann das sein wird, das erzählen wir natürlich nicht. Und wo es sein wird, erst recht nicht, weil das soll wirklich ein ganz kleiner Kreis sein. Und ja, ich meine, man hat halt so schon genug Leute um sich herum. Meine Partnerin ist viel unterwegs, ich bin viel unterwegs. Da möchte man natürlich das Privateste auch privat halten, das ist halt die Hochzeit. Aber sonst nimmst du dir ja sehr viel Zeit auch für deine Fans, auch mit Einladungen und so, wo du viele extra für die Fans Sachen machst. Ja, also meine Fans sind mir natürlich mega wichtig. Und ja, also sich mit den Fans mal persönlich zu treffen oder mit denen Sachen zu unternehmen, finde ich, ist ganz wichtig, um auch einfach ein Feedback zu bekommen von den Fans direkt, wie sie die Musik finden, wie sie die Richtung finden, die man so einschlägt, ja, um einfach ein gutes Feedback zu bekommen, ob man auf dem richtigen Weg ist oder nicht. Und dieses Jahr war ich zum Beispiel schon auf der Schlagerreise Mallorca. Das ist quasi ein Hotel. Da sind 1400 Schlagerfanaten, 30 Künstler, wirklich von ganz jungen Künstlern bis ganz alte Künstler, kann ich sagen. Ja, und es ist immer toll, weil man da wirklich eine Woche lang zusammen mit den Fans isst, man trinkt was zusammen, man kann sich austauschen. Und ich habe ja jedes Jahr meine Geburtstagsparty mit den Fans gefeiert. Dieses Jahr das erste Mal nicht, weil ich habe es natürlich jetzt vier Jahre lang gemacht und habe dann aber letztes Jahr mit meinem 30. Geburtstag und meiner Release-Party, die ich ja verbunden habe, da habe ich natürlich nochmal den Vogel abgeschossen. Matthias Reim war da, wir hatten eine fette Pyro-Show und Feuer und was da alles in die Luft geflogen ist. Und ich glaube, mit 30 konnte man jetzt wirklich einen guten Cut machen, zu sagen, wir lassen es jetzt erstmal ein bisschen ausklingen. Und somit wird es dann auch nochmal interessant, wenn ich dann nochmal eine Party mache. Man kann ja auch für andere, wegen anderen Anlässen eine große Party machen, ein eigenes großes Fest, ein eigenes großes Open. Man muss dem Kind nur einen Namen geben, also feiern kann man ja immer. Und wer weiß das besser als ich, ja? Und klar, wir haben tatsächlich schon darüber nachgedacht, eventuell mal ein Open Air anzugehen. Ich bin ein sehr heimatverbundener Mensch, ich mache alles in Uebach-Palenberg, für die Leute, die es nicht kennen. Das ist zwischen Aachen und Mönchengladbach, direkt an der hornländischen Grenze. Und da haben wir uns schon überlegt, eventuell mal was anzustoßen, da ein Open Air zu starten. Man hat gute Kontakte zu guten Kollegen und Freunden. Und wer weiß, vielleicht 2017, vielleicht 2018, verraten tue ich noch nichts. Noch nichts, aber verraten kannst du sicher, worauf du dich in den nächsten Wochen freust. Ja, ich freue mich natürlich in den nächsten Wochen privat darauf, dass mein Haus jetzt bald ja auch Form annimmt. Die Steine werden jetzt aufeinander gelegt. Und beruflich natürlich, dass ich mein neues Album wirklich promoten kann. Und heute bei Immer Wieder Sonntags ja auch meine aktuelle Single Unsere Zeit ist jetzt präsentieren darf. Ich denke, die nächsten Wochen werden sehr spektakulär und aufregend, weil der Titel unserer Zeit ist jetzt nicht dieser typische Schlager ist, den man von mir kennt, sondern schon ein Popschlager ist. Sehr poppig und ich bin sehr gespannt, wie die Leute darauf reagieren. Sind wir auch gespannt, wünschen alles Gute und weiterhin toi toi toi. Vielen lieben Dank, danke. Das müsste ich noch haben.